Heftige Straßenkämpfe haben am Montag die Stadt Deir al-Bala im Zentrum des Gazastreifens erschüttert. Nach einem israelischen Luftschlag zogen Palästinenser Verletzte aus den Trümmern. Bisher sollen in dem Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas 101 israelische Soldaten und 18.000 Palästinenser getötet worden sein, die meisten davon Frauen und Minderjährige. Diese Aufnahmen einer palästinensischen Nachrichtenagentur sollen zeigen, wie Helfer Verletzte, darunter viele Kinder, in ein Krankenhaus, in der Al-Bala bringen. Die Hamas selbst gab dieses Video heraus, dass Granatwerfer in Gaza zeigen soll, die auf israelische Positionen feuern. Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Kirby, sagte zuletzt, die USA seien beunruhigt, denn Israel habe im Oktober aus den Vereinigten Staaten stammende Phosphormunition im Süd-Libanon eingesetzt. Humanitäre Hilfe, die über den Grenzübergang Rathar an der Grenze zu Ägypten in den Gaza-Streifen gelangen soll, wird der israelischen Armee zufolge in Zukunft an zwei zusätzlichen Kontrollpunkten inspiziert.